Dieses Video beschäftigt sich im Detail mit dem Schinkeldenkmal und schließt inhaltlich an die Videos zum Schinkelplatz und zu den Denkmälern von Thea und Beuth an. Es erinnert an den preußischen Baubeamten, Baumeister, Architekten, Stadtplaner, Denkmalpfleger, Maler, Grafiker und Bühnenbildner Karl Friedrich Schinkel, der das Bauen in Berlin im 19. Jahrhundert maßgeblich geprägt hat. Ein Wettbewerb für das Denkmal hatte Friedrich Drake gewonnen, von dem, wie erwähnt, auch die Reliefs am Beuth-Denkmal stammen und er hat auch die Viktoria auf der Siegessäule gestaltet. Es gab jahrelange Vorbereitung und Verzögerung, aber dann wurde das Schinkeldenkmal am 15. November 1869 vor der Bauakademie, einem der Hauptwerke Schinkels, feierlich enthüllt. Die überlebensgroße, etwa drei Meter hohe Plastik aus Bronze, zeigt Schinkel in zeitgenössischer Bekleidung. Er blickt konzentriert über die Schlossbrücke Richtung Museumsinsel und stellt dabei seinen rechten Fuß auf einen Steinbrocken. In der rechten Hand einen Zeichenstift, in der linken Hand einen Zeichenblock, auf dem sein Entwurf des alten Museums zu sehen ist. Der dreistufige Sockel ist, im Vergleich zu den Denkmälern von Thea und Beuth, erstaunlich schlicht gehalten. Keine Reliefs weisen auf das Schaffen Schinkels hin. Nur an den Ecken befinden sich vier Karyatiden. Ein kleiner Exkurs. Eine Karyatide ist eine Skulptur, die eine Frau darstellt. Sie wird in der Architektur anstelle einer Säule oder eines Pfeilers bei Portalen und der Fassadenliederung verwendet, hat daher auch eine tragende Funktion. Die Karyatide trägt im Unterschied zum Atlanten, der die Hände zur Unterstützung neben dem Kopf hochhält, die Last frei auf dem Kopf. Karyatiden wurden in der europäischen Architektur und im Barock und im Klassizismus wieder als Elemente der Gestaltung eingesetzt, aber auch später als Bestandteil historischer Architektur und Wohnungsgestaltung. Hier am Schinkeldenkmal symbolisieren sie wohl die drei bildenden Künste, Architektur, Malerei und Bildhauerei, sowie die Wissenschaft. Alle vier waren für Schinkels Arbeiten wichtig. Auf der Vorderseite des zurückspringenden Mittelteils ist eine Inschrift zu lesen. Karl Friedrich Schinkel, geboren 13. März 1781, gestorben 9. Oktober 1841. In der Deutschen Bauzeitung von 1869 wurde das Schinkeldenkmal folgenderweise beschrieben. Endlich, nach jahrelangen Vorbereitungen, nach Überwindung aller Schwierigkeiten, ist das Standbild Schinkels vor der Bauakademie zu Berlin am 15. November des Jahres festlich enthüllt und dem Volk übergeben worden. Inmitten der Stadt, deren ganzes gegenwärtiges Kunstschaffen von ihm den belebenden Impuls empfangen hat, in der Nähe seiner Hauptwerke und unmittelbar vor jenem Gebäude errichtet, das als Schinkels reifste und unvergänglichste Schöpfung betrachtet werden muss, das die Pflanzstätte seiner Kunst birgt, wird dieses Denkmal des Meisters seinen Ruhm mehr auch ihnen verkünden, die nicht imstande sind, ihn aus seinen Werken zu lesen. Anschließend charakterisiert der Autor die Skulptur Schinkels als weitgehend gelungen, um sich dann umso kritischer zu dem Sockel zu äußern. Der untere Teil des Denkmals ist mit Ausnahme der in Bronze gegossenen figürlichen Darstellungen von poliertem roten Granit ausgeführt. Leider steht der künstlerische Wert dieses gesamten Unterbaus tief unter dem der Statue. Plump in seiner ganzen Erscheinung, wie in allen Einzelheiten, ohne Organismus in seiner Struktur, Es wird nicht zu hart sein, wenn wir die Wahl desselben für das Standbild Schinkels als eine Versündigung an dem Genius des Meisters bezeichnen. Soweit der Artikel. Wie im Video zum Schinkelplatz ausgeführt, wurde der Platz 1887 umgestaltet und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt. Die Statue Schinkel skippte vom Sockel und vier Jahre später wurden dann noch die Viereck-Kariatiden gestohlen. Ohne diese stand Schinkel dann wieder hier bis 1962, bis er dem Neubau des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten der DDR weichen musste. Er wurde im Keller des nahegelegenen Pergamon-Museums gelagert. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Abriss des Außenministeriums erfolgte 1996 die Wiederaufstellung des Denkmals am ursprünglichen Standort. Die Viereck-Kariatiden des Schinkeldenkmals wurden 2011 von Hans Starke nach historischen Fotografien rekonstruiert, finanziert von Spendengeldern der von Hinkeldei Stiftung. Seitdem schmückt das Denkmal wieder vollständig den Schinkelplatz, dem wir diese kleine Serie von Videos gewidmet haben. Das nächste Video beschäftigt sich dann mit der Bauakademie Schinkels sowie den Plänen für deren Wiederaufbau.